Es ist abgestürzt, wie überraschend! Ja, lasst mir halt keine Munition, ich brauch sie ja nicht! Ich hab hier genug! Ich will hier schneller ab, komm! Was hat er doch hier um, um ihn müsste er jetzt eingesammelt? Scheiben wir nicht! Was auch immer! Woher denn? Wo kommt die her? Wo bitte ist da Zielerfassung? Ach da, sagt es doch gleich! Oh, da gibt es eine Munition, das ist gut! Ach, noch ein Laser! Hey, ja, Laser sind toll! Platziere mir überall welche! Weil sie so toll sind! Das gibt ja mehr Munition! Ich schätze! Okay, das funktioniert so gut nicht! Nö! Irgendwie anders! Mir auch egal wie! Das hat zwar schon vor Stunden aufgehört, mich zu interessieren! Ach, scheiße! Ach, scheiße! Ich hab die Taste gedrückt! Ach, naja! Was ist das hier rum? Security Area! Kann ich das von hier aus ausmachen? Ich verstehe bloß meine gute Munition! So, bevor ich in den Tunnel gehe, gehe ich nochmal da rein! Weil ich das Gefühl, dass ich dann wieder nicht zurückkomme! Den drüber hebe ich mir nochmal kurz auf! Dann für den Fall, dass ich es nochmal brauchen werde! Und nochmal! 30.000 Gegner zu bespringen! Ja, 70 Jahre, über die Hälfte habe ich jetzt schon, würde ich mal sagen! Kann ich auch nicht die Secrets holen! Das würde ja alles nur noch schwerer machen! Ach, nö, oder? Ich habe mich mal Ruhe verliehen! Irgendwie die Zahn aufgehoben haben! Vielleicht doch nicht so gut! Hey, vielleicht habe ich einen Absturz! Mann! Ach, scheiße! Ich habe doch noch zwei Leben! Wenn mir noch irgendeiner Boss kommt, verrecke ich zwar wieder, aber leck mich! Komm! Rieck, schneller! Ich werde wahrscheinlich gleich wieder gekillt von dem Ding, noch bevor ich meine Ausrüstung wieder aufnehmen kann! Nicht einmal! Ach nein, das ist zwei! Ach nein, das ist zwei! Hauptsache, du triffst mich vorher noch mal! Ja, passt schon! Schon in Ordnung! Soll ich jetzt weiter fliegen, um noch einen Gegner zu killen, bevor ich meine Nachfänger mehr habe? So, wie sieht es denn da vorne jetzt aus? Crystal, du anlockst ins Gate! Ist gar nichts dort! Das ist Trojax? Ne, Laser! Keine Ahnung! Ich fliege weiter! Nächster! 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 Da ist da noch was drin! Nein! Hey! Kristall Toll! Willi something stronger than shield to get's! Unverwundbarkeit! Und da oben geht es auch noch lang! Ich verstehe jetzt nicht was damit gemeint ist Ich verstehe es nicht, erklärt mir das mal jemand Oh, da oben ist ein Laser Das Spiel steht Oder gab es da früher mal Performance-Problem, ne? Gut, das ist heute eher uninteressant, denke ich mal Naja, was auch immer Eine Ahnung, was ich, ich sag mal, hier flügelig aktivieren soll, verstehe ich nicht Kann ich die in die Luft jagen, oder? Okay 5 to go Oh, okay Was soll ich euch ernst? Ich sollte die Munition für dafür hernehmen Ja, die Munition, genau was ich brauche Schönen wir ausweiten Dann schieße ich damit besser auf die Toren, den wir geben Oder auch nicht Wackelt halt noch mehr Ach, was Ach, das ist doch jetzt eine Reihe 1 Das ist Hugo Leck mich Ich darf mich jetzt erst mal wieder sterben lassen, nur dass mir dann ein Wasser stelle ich gerade fest Wo lasse ich mich denn da jetzt sterben? Warte mal, wenn ich es gestickt anstelle, komme ich vielleicht da hin Super, habe ich noch ewig das Shield und alles, dann darf ich mich sterben lassen Ich hoffe, ich komme jetzt wieder an mein Zeug ran Wahrscheinlich eher nicht So, ich muss da hin Nee, hä? Ah, still active? Was? Ach, ich muss da hin Glaube ich Das weiß ich Ach, machen wir es anders Ja, guck mal, es ist ein Reaktor in die Luft Okay Okay Nicht die Luft Töte mich mal Töte mich Ach komm, töte mich Na also, hat er lang gedauert Muss ich kurz gucken, muss ich jetzt da lang oder in die andere Richtung In die andere Richtung Warum stehe ich nicht gleich? Ach Ich will das gar nicht wissen Soll ich mir noch 5 Reaktoren killen? Ich meine, die halten doch ewig aus Ah Falsche Richtung Ja, richtig, um zum Reaktor zu kommen, muss ich ja hier lang Ja, falsche Richtung Ach, ja Den lass ich erstmal noch ein bisschen am Leben Vielleicht brauche ich ihn nochmal, um mich zu töten Ach, jetzt kommt von hinten noch einer, ja, leck mich Dann kann ich den ja im Prinzip gleich töten Wenn der eh neue kommt Oh nein, nein, warum? Ah, ja Wenn du deinen Scheiß schutscheln stecken sie dir in deinen Arsch Mehr kann man denn hier nicht benutzen? Stirbt das Vieh mal? Nein, das Vieh dahinten ist auch gestorben. Scheiße, das wollte ich doch auch aufheben. Wer tötet mich denn jetzt? Ich werde definitiv noch mal sterben müssen, dann bin ich auf meinem letzten Leben, toll. Überhaupt nicht munitionsproblematisch. Und hier Panzerung. Oh, da haben wir doch schon was, dass wir uns töten können. Später aber erst. Hey, ich hab gesagt später. Und Absturz. Leck mich. Leck mich einfach am Arsch. Ah ja, was ist 78 Gegner getrügelt? Was ist denn da noch? Ist er tot? Lightning Laser? Oh nein, nein. Sag nicht, dass wir so ein Laser-Ding spawnen. Deine Mutter ist er am Muck. Ach nein. Ich bin erst eben, dass die noch drüben zu eis. Oh nein, nein, muss das sein. Hey. Wer spawnt so eine Scheiße zusammen? Tötet mich in den Schacht oder nix. So, da ist das Leben. Keine Munition, nix, null, nada. Toll. Last Life, ja. Keine Munition nirgendswo. Und, und, ja, natürlich. Ich hoffe, wir brauchen da ein paar Panzer rein. Warum nicht? Wir haben's ja. Machen wir die Munition und die Waffen und alles. Wir haben sich das nicht schon wieder vorgestellt. Das ist doch nie irgendjemand getestet, oder? Wahrscheinlich hab ich dann wieder keine Munition mehr und dann, ja. Keine Probleme. Komm schon, stirb doch einfach. Das ist entweder Fliegelung extra leben oder es gibt einen anderen, nein. Ja, toll. Der Wachter im Eingang. Toll, ja. Wie soll ich den jetzt bitteschön killen? Hey. Zu wenig Leben, zu wenig Munition, zu wenig von allen mit dem Level. Alles, was in den vorherigen Level schon falsch gemacht haben, haben wir uns hier an einem einzigen Scheiß-Level vereinigt. Tolle Aktion. Toll. Ich komm nicht da raus. Ja, hauptsache, dann wieder abbauen, ne? Das bin ich schon im Arschlein. So, fliegt's natürlich nicht zum Feind. So, wie spricht der Feind? Na, also. Ich gebe mir nur tun, dass ich wieder die Munition aus. Ach, komm. Also, ich gebe mir vielleicht eine Munition. Nein. Hey, Absturz. Toll. So, wenn noch viele Gegner kommen und ich keine Munition bald bekomme, hab ich echte Probleme. Komm ich da drin jetzt vielleicht weiter? Nein. Interessiert mich auch gar nicht. Sparen wir wahrscheinlich 50 Gegner oder so. Warum bin ich da drin überhaupt? Was? Habe ich den Reaktor nicht? Ich weiß nicht, ich habe den Reaktor angelassen. Oh. Ach ja, schön. Ich mach's hier noch ein Muster ab. Schauen wir nicht. Hey, ist abgestürzt. Toll, ich freue mich. Ich muss doch ein Muster geben. Es gibt auf jeden Fall Gegner. Es gibt mir Munition. Das ist keine Munition. Hey, ist das jetzt abgestürzt. Oder schon mal weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich die nächsten Gegner töten soll. Hey, Schild, toll. Reaktor ist still alive. Kein Scheiß. Ich habe noch 188 Chef. Christa Position schiebt. Kannst du dir meinen Arsch stecken? Ich habe keine Leber mehr. Och nein. 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 Wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Leck mich, Spiel. Soll ich die jetzt doch alle töten? Wie? Wie hier? Wie haben die Entwickler sich das Ding gedacht? Die haben das noch nie getestet. Toll. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendwie 20 Gegner erstmal töten. So, ich schiebe jetzt mal die Rakete vor. Das Ding schiebe ich jetzt wieder ab. Ich schiebe jetzt mal den Muck vor. Mucks. Mucks. Nein. Keine Mucks. Auf. Transpoils nach vorne geschickt. Mal arbeiten mal bei Transpoils. Die Skatter habe ich vorhin vorne geschickt. Das ist jetzt der Moment, wo ich keine Leimension mehr habe für die Transpoils. Na ja, toll. Und dann schnell. Spiel wieder abstürzt. Tolle Scheiße. Oh Mann, ey. Ich baller hier überhaupt die Skatter vor, die angeblich Waffen entfernt. Was hier überhaupt nichts bringt. Was? Hat er nicht Munition hinterlassen das letzte Mal? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich hab's gut bekommen. Ich glaub's nicht. Ich hätte doch gerne wegen mehr Munition. Schutzschutz hat sich richtig gelohnt aufzunehmen. Ach ja, genau. Ja.